Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Mr. Schrebs und ich suche gerade den Schatz, weil alle YouTuber, die schon Videos dazu hochgeladen haben, haben falschen Ort gesagt. Und ich suche den gerade für euch, damit ihr auch wirklich am richtigen Ort sucht. Mist. Hier war gerade noch ein Stein. Den habe ich ausgesehen abgebaut, aber anscheinend, da war auch nichts dran. Jo, den hole ich mir jetzt. Oh, der hatte noch lecker Mini-Schildi für mich. Oh, was bist denn du für eine Lusche? Mist. Ja, egal. Wir suchen jetzt nochmal. Und jetzt mal Migron, ja. Ich bin bei der Stufe im Battle Pass. Ich konnte ein paar Tage nicht spielen, weil ich musste halt ein paar Sachen erledigen und so. Und auf jeden Fall, jetzt erzugen wir halt den Schatz zusammen. Ich schaue nochmal kurz auf YouTube. Ich schaue nochmal kurz auf YouTube. Ich schaue nochmal kurz auf YouTube. Also hier ist der Steinbögen. Vielleicht ist er auf dem Stein, aber hier Oase, da hinten Dinosaurer und hier Steinbögen. Ist klar, dass da wieder einer hingeht. Boah, wenn es jetzt hier ist, ne? Scheiße. Wie halt irgendwie keiner weiß, wo der Battlepost-Stern ist. Ich weiß, dass da einer kommt. Okay. 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 Wir schauen einmal um den kompletten Berg herum. Also, ich kann euch versichern, dass der Stern schon mal nicht hier ist. Nein, nein. Ja, 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 ja. Leute, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Hier ist der neue Battle Bus Stern, wenn ihr hier im Zoomt, hier am Berg. Das lade ich sofort hoch, dieses Video. Hoffentlich kriege ich viele Klicks.